Einen wunderschönen guten bonjour, und da sind wir am nächsten Tag, und ich habe gerade verpasst, wie dann Steven ein Lied gemacht wird, eingeliegt. Und doch bei mir verpasst, am Let's Play, also einfach nicht schlimm. Das sind Leute, das sind Leute, ja. Guck, das ist ein Lied, du stellst du hin und du bist dran. Voilà, fertig. Manche nicht, das ist nicht so. Ja, das klingt am Punkt, wird entschieden, aber vom Scheiß. Ja, 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 ja. Also, da machen wir, ähm, flütt, geil, für, äh, fluitte, die haben wir, die Steven war. Ganz, äh, fein, und mitmachen. Ähm, ich brauche... Ich brauche Busbombe. Busbombe, kannte der Busbombe. Oh ja. Steck, du steck, du steck. Kennt die bullinger wenigstens, der Schock-Opt-Dampeln oder so, ne. Wie der ist? Gut, hoppala. Dann wird's, Steven zu flüten. das ist ein referenz auf und zu dem spiel sieben nur zu flüten musik doch nach ich kann doch vor mir vorstellen dass in turn funktioniert wird das sind ich auch gefreut für zwölf bis drei minuten oder so wenn es mal als er wochen auch so wind of change mama ist wichtig direkt gewiss zu haben da braucht man auch noch flint und busbombe ist schon mal plan wenn ich mache kann also ich meine ich riecht in all die darklands sachen zu summe noch den games und stammt von der tippie lobe macht jingels mit menschheims komisch eine jingels in der rüssel dran wir haben von fast jingeln ja und ich nie gebastelt gibt doch ein bisschen musikalisch kraft bei den zeremonieren wir sind zu zweit der ticht wenn ich mich nicht ihren aber wenn es selber funktioniert hat auch nicht mehr brauchen und so viel musik power wirst noch das vierte meisen ihn zu holen kann es doch mal länger schwer machen natürlich setzen direkt wo kommen die druck einfach noch mit hören flint braucht man nach in oder muss man den durch den märz schon noch zwei gott zu das waren die lascht also gut aber man hat das schon dabei sie bei jiggels und dafür brauchen wir wieviel vierte musste nach vierten ja die jungen trug gesagt schminkt war lenken und wann du noch 19 stückmängliche dosen ich konnte ja cool dafür war auch immer nicht gut das schmarrn ja du hast du für ohne kommt was so viel geht es mir ja mit mir und bambus anfang von daher ich bin das hat nachher am schwersten auszusammeln okay das ist doch großen tot in pedia okay interessant vielleicht welche darunter und für die gespielt haben vielleicht schon mehr lang vielleicht aus beim kraft geschehen genau und dann gibt es so einfach nur löst du wohnen und das klang ist also die kraft in august für die wirst du beschädigt okay wird gucken ob wir hier schon vor wie in der stein dort mit der stein herrn und herrn sprachlos kein bild für den nix in den apps kraft weil die wirst beschädigt ja das ist so wirst du auch von euch in toilette rolle eudelmann schick hinein nicht denn hier als nächstes geht es doch für sich krimisch hier Ich habe mir das nicht vorgenommen, ne? Lass ich mal einen flotten Baum hier Ich stelle hier beim Baum einen Zaun hin Du sollst doch nicht mehr so groß sein wie bei mir, dann brauchen wir nicht alle so groß zu sehen Nein, bei mir haben wir keine so 2x2 Platz Welche Platz sind die bei mir nicht? Die sind angepasst bei mir Und dann müsste aber eine Dose siften am Wasser und denen geht man nicht in den Zaun, weil er als Kabel besteht Prioritäten, ich versteh'n Ey, wann sie so viel f***ing Platz und da muss ich gucken, dass die immer dann riva geholt kreien am hauen Du bist du gekkisch, da muss ich jetzt richtig zu packen Ich kenne sogar so, dass ich dann vom Inzaun In Jingle Und die Bärmung von mir Du wirst dich da getrennt als Sternenjumpfung Deidon vis-a-vis Ah, einfach normalen Zaplings Ich habe nicht die Zaplings, du hast die Zaplings schon mal gehört Das ist egal für ein Zaplings Oder? Was, probierst du es zu bestellen? Für Tretual, also für die andere Zaplings Zaplings? Ah ja, irgendwelche Am besten Vanilla-Zaplings aber Äh, okay Sie sind so ein Mundane-Zaplings Ein Mundane klingt wie so Alldach-Zaplings Okay, dann kommen die dort mal raus und dann Gucken wir mal, dass wir das eh schön fangen Das ist eh schön Ähm Ich will es, hei Ich habe noch eine Zapling, die nicht gewohnt ist Den habe ich schon mal gesammelt und das auch auch Er sind zweiten Nein, nein, ich will einen Hei dann Dritten Okay Nein, ich habe da nämlich schon ein bisschen weg Und wie viel Zeug für den Tag leinst und ich da ganz viel Mott geholt Ach, den hast du gerade für mich genannt gewusst Haha, also ich wollte gerade abraten Holz, Holz, Holz Also Ich stelle den Lomo einfach Äh, what? But so ein geschütter Ja, du haste gewusst Ich hab' die gewusst Und schon noch über die Planz Mir ist die ganz schnell gewusst Ich hatte die Ein Wander Nee, ich fand das flott Das sind Aussicht mit Fotos und wir haben genug Ey, Close that Erzähl Ich mach' das Hehehehe Erzählst du hin zu Aber noch 7 Zaplcks Äh, ja Ich habe so viele Gewandeln da mal in der Zeremonie Äh, ja Ich habe so viel verwandelt Man möchte das an der Zeremonie ich kann nicht waschen ich kann nicht waschen ich kann nicht waschen was tun wir dann dann guck mal ähm ich habe hier eine BAM für jingles dann machen wir auf dem Eck in Totem hinzuklackern ja ähm wir brauchen eine Basis eine Basis und dann am besten vielleicht Jump und den Wurs und dann 1 und 2 mal locken ich habe schon gesehen ähm wir sollen auch heute eine Resonierung drum machen das wir vielleicht ein bisschen mehr kriegen oder geht das heute noch mal ja wir wollen ganz viel gut kriegen ja ich konnte von den schwarzen kuppel zu mir so das aber schlimmer die und wir sind der Platz ja die hatte Platz genau und wo sie groß sind im Funk von so auch eventuell dass wir Jingles können abhängen dass das was in fein solange von genauter kannst du es ist hab auf skinner mit das und von ganz egal zeremonie muss man das weiter machen machen das schönste prüfen in der büderhof abzahlen hängt ein verdammt dort ja dass ich jetzt kann abhängen wir tun mal flieder maus totem basis wolf ich bin eine kaninchen kaninchen ab und dann oink oink immer oink zwei mal oink immer oink zwei mal oink war teilweise schmeißt das schon mal die gut entscheidend spiele tisch kann kann die schon mal stellen in der wacht dahinter stellen so zum beispiel wacht und tut er mir dort soweit sind dann haben wir das schon mal in mal wenn man trommel heim hat ich gewonnen hat ich gewonnen schlafen dass man ähm Zeige? Du kannst gerade an den Detail hoch? Ne Okay, also guck, wenn du schon mit Jumpo ist Klappt, super Gut, ich geh mal direkt an den So ein bisschen kreieren Weil man ja noch nicht Kannst du in der Nacht schlafen? Das ist furchtbar Ich will nicht Das ist mein Schnelles, wenn ich das getrunken habe, dann ist die Entstehung Warte Okay Dann Du neig, ja Bist du schon hier? Bist du ready für die Echtzelemonie? Äh, werde ich setzen Ah, du bist nicht Warum bist du mich noch gewinnen? Äh, will ich noch noch Sublinks? Will ich noch noch Sublinks? Warte Ohohohohohoh Okay, also, äh, dann schnädieren wir uns dann halt einen Flit an der Trommel. Ready für Musik? Ja. Ich habe nicht leid. Ansonsten können die zwei Trommeln reinbringen, ich weiß, dass du auch trommeln kannst. Ja, weil ich weiß nicht, ob wir alle in zwei Abhänger können. Ja, yay. Kannst du dann hier, du Chicken, da? So, da haben wir dann Wetsetter-Sapplings. Super. Gut, und da haben wir auch nicht geplant, sind da wohl schon in Dosen, ne? Äh, ja, wir brauchen sie Dinnitiv, brauchen wir sie. Jetzt setzen sie nicht so weit fort, weil wir sind frei Flasch. Zick. Ich will eigentlich wohl Saplings im Boden, gell? Ich meine, du hast bei den, äh, Wischrotung, heu. Das darf nicht aufgeraft. Ich will mal vier kommen. Ähm, ich meine, heute leider nicht so gut hin. Ich stelle mal da hinten. Wischsohn. Gehen da hinten. Ähm, der Windschein muss beim Totem sehen, oder nicht? Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, ja, die Distanz geht eigentlich durch. Eins, zwei, drei. Äh, ja, nein, nein, ich hätte den Totem nur heute beim Baum gestaltet. Ich dachte. Ja, die steht hier beim Baum. Geht halt nicht auf, in der Distanz. Nein, nein. Dann ist das Trommel zu weit fort. Okay, warten wir dann. Was? Ja, für, für, für zu feindfrei ging ich dir gescheinnt. Einer stand. Zack. Kann heu auch nachher ein Karte geben wissen aufschlungen. Okay. Dann müssen wir rausstellen. Und, ah heu. Zack. Dann heu. Okay. So. Okay. Da passt. Ja. Passt das. Geh sieh mal hier. Also. Und. Deswegen sind dann gewissen die Stanz. Wir sind genau wie weit die Koguen. Also. Schweinchen, schweinchen. Schweinchen, schweinchen. Dann. Oh, da will sie noch von mir mal zu gut sein. Anpack. Hm. Wulf Totenbasis. Wulf Totenbasis. Und dann. Mal. Naninchen. Naninchen. Ja. Da muss man gucken, dass man ihr schwein. Muku kriegen. Ja. So. 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 Wie zu sein, als wären. 57. Zo. Also. So. Sieh ihr. Man. So. So. Unbekannten. Einlich. So. So. Öhm. Ne. Ihm. Die. Ich Comment. Anfana. Miekun tack. Ist das stored. Oh, das krasse nervt mich ein bisschen. Das ist laut. Das ist laut. Oh, schon den Oktopus. Ich brauche Schwarzfarf demnächst. Schwarzfarf? Ah, ja. Okay. Ja, wegen Let's Play sind doch Schwarzfarf gebraucht. Ich freu mich einfach weg, was ein Kind durch den Kopf rauslässt. So schwört. Ich würde gerne die Musik heran von den Zeremonien. Ich fand das auch von mir cool. Ja, dann musst du bei mir gucken. Oder du musst bei mir gucken, dann... Wo ist es? Oder mal scheiß PC flicken. Ähm, sind das kein? Das sind Bullshitz. Nice. Na, ich klingst doch an der Löffel. Oh, schön häufig. Da haben wir noch sein Gehüt. Ähm. Jijuuu. Hat man den schon gesehen? Äh, keine Ahnung. Aber für mich ist das schon mal abgedeckt. Auf der Quad, oder? Ich möchte es... Quad abgedeckt hin. Dann musst du nach Nido geparkt gehen. Blumen. Was? Ja, von mir ist das nicht so interessant. So, gut. Du hast du K an der Gehütung gesehen? Ähm. So, super. Nee, und schneit. Wann sie wer dran? Hallo. Du hast du keine Ahnung, die Ahnung, die Ahnung. Oh ja, das klappt. Ich kurz spiegel hier. Was sei beim... Hä? Äh? Ich hab grad noch gesehen. Wo warst du hier gelaufen? Hä? Wir sind ganz weitergegangen. Es sind auch mal beim Schaufgewicht. Ah, ich gesehen die Steine. Sind nicht so gut an der Landschaft getarnt. So, Hanen. Okay, du gesagt. Du machst den Tisch dann. Ja, absolut. Ah, du. Ah, du. Ja, ich weiß auch nicht. Okay, gut. Und dann eine schlippsche Kaffee. Wenn wir zwei Mut kommen, dann sind wir gerettet. Gell. Wenn wir Inzucht. Ja, wir sollten vielleicht einfach einen Platz machen. Wir sind oft Lunge Kegeler. Ich weiß. Und dann hat er gesagt, ja, okay. Ah, du hast du gesehen? Blöde Birchbaum. Du hast wie ein Kurs gesehen, die Muster. Oh, Schaufs in die Tür. Flott. Oh, man. Das ist ein Scheier. Springfield oft. Oh, da geht doch noch da. Weil ich lege Scheier. Weil das Licht. Nice. 6 Fleece. Gut. Und dann wohl Feier. Nein, gerne. Ja, 25 String. Okay. Das ist hier bei der Nackische Kauhai. Äh, Nackischem Schaufhai. Okay. Bist du, weißt du, bei der Rote Blumelow? Für uns ein... Also, Paird. Den Hölnschmatt. Wartet, weil... Kannst du Paird, drohe? Weißens, Paird. Oh, ne, ich hab ja eh Lead-Ampfung nach. Ich weiß nur, ob ich den drohe kann. Kannst du dich auch drohen? Ich schmengen nicht, weil dann... Ich probiere ja den noch aufzuklammen. Ähm. Ich äh... Hä? Ich sehe... Ich gesehen, das ist nicht mehr. Na, Tuka. Ähm, dort nicht weit... Was von euch ist noch Paird? Das ist ähm... Das hat immer eigentlich. Oh, schon die... Du hast ne Pfund. Oh, schon Paird. Was? Paird. Boah. Ja, schon Paird. Paird. was ich wollte fluss und die folge ja war ja schon wieder an den bürger bis hochgelaufen wir sind schon im moment wenn ich mich in der karte hier geht der bürger nicht mehr nach mir dicht und den letzten schule war ob die landschaften ob die flaschen tito ist natürlich was mir schon an für die hallo einst du getötet sind als die puppen die man nicht gewissen post reit äh, lol, ich bin bei so einem... ich bin bei so einem Dürfen am Ufang gefahren wow ist ein Träger mit? ja ja, das ist genau das geschieht für Javartön, der Lieder sein für Graß, ohne Grund schau es nicht du fährst nicht, Schlitz, du war mal neig, weil er weh war ok, äh, wir sind im Kreis, generell sind wir gelaufen, alle zwei im Kreis, ne, ich bin doch zu meinen Karten, was zählst du? ich zähl, ich wüsste den Pär, äh, LÖS HANNATMARCH ich bring den am Fonds zurück heben ok, was... ich wüsste noch nicht, wo ich schon genau festmahne, ich muss wahrscheinlich auch sperren weil, mein, mein Block, mein Haus ähm, ne... oder wüsst du schon ab 5, wo ein Lieds kann festmachen, wo du nicht direkt... ähm, ne, eigentlich nicht wenn du mal bist, kann ich das aber in einem Fonds-Pol machen oder sowas mehr NETTAY äh, das ist schon hier ein, 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 ein Hote Hüpfond ein Bienenwerb kannst du den, was sonst kommst schlucken? oh, noch nicht, noch nicht äh, schlosses, schlossack bei mir, mein Schkotten schlossack bei mir, das ist nicht mehr als soweit ähm, hier mal oink oinken ähm, hier viel Schweine aufschaufte ja ich hab's nicht mehr als soweit ich hab's nicht mehr als soweit ich hab's nicht mehr als soweit öhm öh ohm, obu- 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 wo ist ich da? ok, wir sind schon ab drei Seiten vom Wasser wutsch was? Warte. Es ist nicht so, ob die andere Seite von Wasser sind, obwohl ich nie über Wasser gegangen bin. Wo sind die Scheuerregung gegangen? Hä? Doch, schon müssen die über Wasser gehen. Das kann man doch wiederum. Ist die Schluff gegangen? Ggöldigö. Da haben wir uns früher bis ihr ist, dann geht das schon. ich verstehe nicht nur gerade weg schnitt wir sind china kommen nie wird wasser kommen wir nie wird wasser zu holen jesus was sollst du anfangen ich schlafen haben von mir selbst auch nicht ich fand das immer witz von jesus sollen von dem moses der deutschland gemüt wird jesus wird wasser gelaufen nein der moses soll dann von mir dann von der flutwelle konnte berechnen weil ein astrologe war der nicht verstanden weil die flut an ebben war das ist die wissenschaftliche erklärung die jesus nie wird wasser gelaufen im jordan ist es nicht, die wird wasser gelaufen, du hast nur gedreht gehen und so das ist nie geschieht nein nein das ist etwas ganz komisches was von anscheinend an amerikanischen hormonen in den biblern und so weiter steht da zum beispiel dran weil das nicht gut gesehen das sagst du willst du sagen alles was dann anbischen steht als komisch an soll nicht für woher holen nein nein es steht mal nicht an der bibel es steht mal nicht dran das selbst hat leid missinterpreteuren dass dem moses den namen von gotwasser gelaufen ist ich weiß nicht wen du mord nu befahren nur hat das so falsch zu zählen ich weiß nicht wie da du gegangen bist ich weiß nicht ob du wirst du wirst auch sicher schon hier von wasser zu wein verwandeln oder so und tralala gell ja aber vielleicht musst du in äh ich kenne die historie wo eben die letzte braut packen soll wir haben vielleicht mehr rein und dann kann es christen dann hier und auch ich kenne die geschicht eigentlich von jesus ok aber ja nochmal krass von denen fast in etwa in der hochzeit von der glöde war und anscheinend kein wein wie du wie die jesus würde als wasserwein verwandelt ja und noch mal ein braut du machst das sind missinterpretation äh sie nämlich alle schriftvolle wein von und ihr behauptet auch die geschichte geschichte gezählten aus mir mir allen versionen von dem buch wie gesagt und du steht dran dass auf dem fast so viel wein geflossen ist wie wasser ah mit einer metapher die sie als wunder angezählt haben lol alles liegner sind sie alles liegner am mittelalter ist ganz viel geschieht ganz viele popsen die am vorn der christentum ausgenutzt tun weil leute nicht lesen konnten und so weiter ähm ja ja ich mein mittelalter und kirsch ne muss ich nicht mehr dazu suchen ich fand das schön dass der mensch den umfang etwas umgedrängt wird für seine äschenen ja dass die menschen sind auch bester form ok ich hab mal eh per zurückbräuch den hängelhäuser in der polizei ja aber ich komm noch um zurück 0 auf los ich komm noch um das richtung raus und da soll ich mal das hier gucke nicht wie ich das mache für den fiesen stück auf dem wasser kommt das ist echt ein geheimnis grad ich schlafe mal dahin wo die lasagne war äh perr fahren das ist nicht weit weg von unserem haus ist das bist du mit dem map nicht dabei ach du sind sie dabei ok ok weil sonst kannst du schon einfach tp wenn du willst ja ne 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 Ich hab die Masanje, hab ich oink oinken. Ich hab's ja schon gekillt. Ich hab's nicht gewählt. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Schöner Bärfond. Umbringen, umbringen. Das bringt Krallen für... Keine Ahnung, was das gesagt? Ja, Krallen fischende Geräte, Mann. Oh, Schumoku! Erfond ist ein Bub! Oh, fuck. Wir sind noch viel Mubeizieren. Mach auf. Guck, 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 guck. Äh, wo Pärts sind, wo du was? Lef's einfach, du ihn noch und du sie lauter nur kuren. Ja, ich hab's gesehen. Lauter Bären, ja. Nee, irgendwie wird's. Auf Ersteckung will er getroffen. Und wir schon dürfen. Äh, Schumoku. Ich hab's doch noch. Wo ist er denn gerade von Kay verland? Ähm, lauf einfach, wo Pärts sind. Ey, cool, da kann man schon... Ich weiß nicht, was Pärts sind. Weil ich weiß nicht, wo es du Pärts gesehen hast. Es ist schön, mein Pär, da ist ein dichter Böschkoller in ganz einer Richtung. Ja, nee. Ich fahr nicht beim Dörf. Wir sind beim Dörf, mich gesiegt. Na, Römer, ich spiere und die Haie am Wasser plantchen. Du hast doch Pärts gesehen. Nicht, dass du bei einem anderen Dörf hast, wenn ich gesehen, das ist auch nicht. Ja, nee, das ist in einer Natur, was es dann. Ah, okay, ja, nee, das dürfen ich nicht von. Aber wieso, wieso hat man machen können? Es sind doch nicht nur, komm. Wir können direkt, äh, es ist so viel Kay da. Lauf mal zweimal. Geil. Ähm, oder drei, über, ja. Lauf nicht dreimal, dann tue ich schon, äh, zweimal. Und dann, äh, platzen wir gleich zwei Kay, und die, und zwei Kay, und die andere. Da können wir also die Speere losen und da können wir direkt Buffalo machen. Uh, 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 uh. Was hältst du für nur? Mhm, mhm. Ähm, aber, wir brauchen immer auch. Oh, wir brauchen immer, oder sind die Zahn? Oder sind die Zahn? Zahn nicht. wir können es einfach mal ritual machen weil das genau so eben die worten die worte fluss also ich planche momentan sammle noch in sex blub 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 wird dann wahrscheinlich noch ein paar links sagen so an dem sammler und am strainer da kann sie ganz gut mädchen ich meine noch ein bisschen roll schlappen haben wir schon mal über den tisch einfach foten und decken ausgläubst einfach krieg riva über der fluss an dort und dann gibt es so ein wenn man das hat ein blussel und dabei der nächste kann ja ich mache das ist eine gute idee und dann kommt man muss viel buffalo man riva holen ja also wir sehen uns bei nächstgerm tschüss ich hoffe ich habe mir ein wunderschönen haben das denn